Also wir sind in Brandenberg, dass man sich kennenlernt. Und wir sind heute hier und das ist so, dass wir uns besser kennenlernen und wir schlafen dann in so einem Tipi. Über einen Bach, einfach schon drüber schweben, es war einfach ein cooles Gefühl. Denkt man sich, man könnte jeden Moment anfliegen, aber weil es eigentlich gut gesichert hat. Es war schön. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.